Die Funktion Nettoarbeitstage Mit der Funktion Nettoarbeitstage werden zwischen zwei Datumsangaben alle Tage bis auf Samstag und Sonntage gezählt. Mit dieser Funktion kann man ganz schnell und einfach die Anzahl der Arbeitstage einer bestimmten Zeitspanne berechnen. In die Zelle A1 schreiben Sie das Anfangsdatum. Das Enddatum der Zeitspanne wird in die Zelle B1 eingegeben. Um aus dieser Zeitspanne alle Tage außer Samstag und Sonntage zu berechnen, müssen Sie in die Zelle C1 die Formel Ist gleich Nettoarbeitstage auf A1, B1 zu eingeben. Als Ergebnis wird die Anzahl der Tage zurückgegeben.